FCM, du bist der Stolz der Elbestädter, FCM, der Schrecken vieler Trutto-Wetter, FCM, wir haben den Leid am Leben. Ich denke für eine Regionalliga-Mannschaft ist das absolut top. Ordnung und Disziplin muss man haben. Ich hoffe, dass alles friedlich bleibt. Kann man nicht mehr vergleichen, es sind über 30 Jahre her. Das ist ein geiles Gefühl, dieses Spiel gewonnen zu haben. Ich habe nur ganz wenig berührt und es scheint alles zu machen. Ich habe gerade ein bisschen die Haarspitzen noch frei, der war super. Danke, Zwecki! Der Zusammenhalt ist enger. Wir haben 9 Punkte Abstand zum Abschiedsplatz. Wir gucken schon nach vorne und verlieren natürlich die Mannschaft hinter und sich aus dem Augen. 9, 10, Lasche!